Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tipp am Montag im Recording-Glog. Und nachdem ich neulich im letzten Video versprochen habe, so großspurig, dass ich mal eben zeige, wie man das Tempo in Studio One herausfinden kann, habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Denn ausgehend von der Tatsache, dass es in Logic, mit dem ich normalerweise auch parallel zu Studio One arbeite, sehr einfach ist, das Tempo automatisch ausrechnen zu lassen, ist es in Studio quasi nicht gegeben. Klar, wenn man eine sehr teure Variante von Melodyne hat, dann kann man sich das ausrechnen lassen, hat aber nicht jeder. Und Studio One scheint keinen echten Algorithmus eingebaut zu haben, um das Tempo automatisch zu ermitteln. Also ein Grund, darüber mal zu reden. Und es gibt tatsächlich drei Methoden, die ich herausgefunden habe, die ich persönlich kenne. Wenn du noch eine andere kennst, dann schreibst du mir gerne unten in die Kommentare rein. Aber ich habe jetzt drei Methoden herausgefunden, mit denen man sie herausfinden kann. Das Tempo, also die Beats pro Minute, die vorgehen. Und die eine ist eine relativ grobe, aber sehr schnell durchführbare. Die zweite ist eine relativ genaue, da kommt man also schon wirklich sehr nah dran an das Original-Tempo. Und die dritte hat was mit Rechnen zu tun, die schauen wir uns aber am Schluss nochmal an. Die wird dann auch nochmal ausführlich auf meinem Blog unter recordingblog.com nochmal erzählt, auch mit der Formel, die ich dabei benutzt habe. Schau also mal da rein in den Recording-Blog. Aber wir gehen jetzt erstmal zu den Methoden, wie man das Tempo tatsächlich in Studio One auch herauskriegen kann, ohne es automatisch ermitteln zu lassen. Die erste Methode ist recht einfach. Man kann einfach mitklicken. Ja, es gibt tatsächlich eine Funktion in Studio One, die besagt, wenn du da hier auf einen Punkt draufklickst, und zwar regelmäßig im Tempo des Beats, dann sagt er dir ungefähr das Tempo, in dem dein Song läuft. Wichtig ist dafür, dass du hier, wenn du die Datei markiert hast, dass du auf der linken Seite im Inspektor eingestellt hast, dass da nicht Folgen steht. Das heißt, die Datei soll nicht dem Tempo folgen, weil das ist ja variabel und dann gibt es einen riesen Kuddelmuddel. Also hier bitte einstellen, dass die Datei nicht dem Tempo folgt. Und dann können wir auch schon starten. Wir können den Song einfach mal abspielen. Und du musst natürlich noch wissen, wo du hinklicken musst. Und wenn du hier unten auf das Tempo guckst, oder je nachdem, wo die Leiste bei dir ist, dann kannst du unterhalb des Tempos, kannst du hier auf das Wort Tempo mal die Maus drüber halten. Und da steht Tempo tippen. Also einfach Song abspielen und dann in regelmäßigen Abständen jeweils auf die Viertelnoten dann drauf einfach tippen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir lassen den Song einfach mal laufen. Wir wissen also nicht, welches Tempo der hat. Machen wir mal kurz das Metronom aus, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Also, wir tippen einfach mal das Tempo hier. Du siehst, es ist ein Nährungswert. Man muss hier also irgendwie rantasten und mal gucken. Ungefähr 94. Ich persönlich weiß jetzt, dass es 95 sind. Das heißt, du siehst, das ist eine relativ grobe Angabe. Und warum Studio One jetzt ausgerechnet bei mir ganzzahlige Werte nur macht, das habe ich bisher auch noch nicht herausgefunden. Und falls du das wissen solltest und du die One-Experte bist, dann schreibst du mir doch mal gerne unten rein. Das würde ich nämlich gerne ändern. Der macht nämlich hier keine Nachkommawerte. Warum auch immer. Also, die Tapp-Methode geht also, ist aber eher fürs Grobe gemacht. Feiner ist die Methode, indem man sich einfach einen kleinen Zeitabschnitt vom Song nimmt, der fest definiert ist. Viele Songs heutzutage sind hier zu einem Klick eingespielt oder programmiert. Dementsprechend kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass das Tempo relativ stabil ist. Ich suche mir dann meistens acht Takte und das machen wir jetzt hier auch mal. Die schneide ich jetzt einfach erstmal frei hier. Gucken wir mal, dass wir hier herausfinden, wo der erste Beat ist. Einfach hier laufen lassen. Da ist schon die erste Eins und die schneide ich jetzt einfach mal hier an dieser Stelle. Und wenn du den Cursor hier, wenn du den relativ fein verschieben möchtest und nicht an irgendein Raster gebunden sein möchtest, dann musst du einfach das Werkzeug hier auswählen, das Schneidewerkzeug. Und beim Verschieben dann die Umschalttaste, also die Hochstelltaste, mit der man große Buchstaben einstellen kann. Die dann noch halten, dann kannst du hier den Cursor ganz einfach einstellen. Also wir schneiden hier einfach mal, das ist unsere Eins jetzt hier, den Anfang schneiden wir weg und schieben das Ganze jetzt hier einfach mal auf die Eins. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal eine definierte Eins. Brauchen wir noch acht Takte, die wir uns jetzt mal anhören von vorne. Zählen einfach mal mit. Also, zwei, drei, vier, zwei. Zwei, drei, vier, sieben. Acht, zwei, drei, vier. Zack, und da ist die Eins wieder. Das heißt, da sind acht Takte vorbei. Da würde jetzt die Neun starten und dann schneiden wir hier an derselben Stelle auch wieder los. Zack, und damit haben wir acht Takte freigestellt. Können den Rest hier erstmal wegschmeißen. Wir wollen ja erstmal nur das Tempo herausfinden und haben jetzt hier acht Takte definiert. So, mit dem Zoom mal hier reingegangen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Loop hier machen. Und der Loop soll genau acht Takte betragen. Machen wir mal hier. Ziehen wir mal hier oben einen Loop. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht Takte haben wir hier ungefähr. So, sind acht Takte eingestellt. Ne, hier unten muss man nämlich genau darauf achten, dass dann auch wirklich das Richtige eingestellt ist. Hier auch noch eine Eins rein. So, jetzt haben wir genau acht Takte hier freigestellt. Und du siehst schon, dass hier oben das Ende vom Loop nicht mit dem Ende von unseren acht Takten übereinander stimmen. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip nur das Tempo so ändern, dass beide aufeinandertreffen. Einmal, ich mache den Loop mal, stellen wir wirklich ein hier so. Also, dass hier genau an dieser Stelle auch das Ende von dieser Datei hier ist. Also, machen wir mal. Ich gehe hier einfach mal auf das Tempo drauf mit der Maus und kann dann hier einfach, wenn ich die Shift-Taste wieder halte, also die Hochstelltaste, hier das Tempo verändern. Und ich gehe mal kurz aus dem Zoom raus. Und dann siehst du hier schon, dass sich hier das Ende von unserem Loop leicht verschiebt. Und jetzt müssen wir nur die beiden übereinander kriegen. Ungefähr so. Und welches Tempo gibt er uns an? 95 Beats. Habe ich ja vorher gesagt, weil ich es wusste. Aber wenn wir es jetzt nicht gewusst hätten, dann hätten wir jetzt mit dieser Methode ungefähr herausgefunden, dass unser Song 95 Beats hat. Weil diese 8 Takte eben genau hier in diesen Loop jetzt reinpassen. Und dementsprechend könnten wir dann, jetzt wenn wir das herausgefunden haben, den Song wieder komplett machen. Das heißt, wir können jetzt hier die Datei wieder nehmen, die bis zum Ende hier auffüllen. Hier vorne den Anfang vom Song. Dann, was weiß ich, auf Takt 5 schieben zum Beispiel oder 6 oder wie auch immer. Und dann den vorne Anfang wieder drauf machen. Und schon müsste das Ganze mit unserem Metronom mitlaufen. Hören wir mal, ob das mit dem Metronom mitläuft. Loop noch ausmachen. Ja, scheint also mitzulaufen. Diese Methode ist also auf jeden Fall hilfreich, dass man sich dem Tempo grob so weit annähert oder fein dann so weit annähert, dass der Loop eigentlich durchlaufen sollte und dass zumindest das Tempo von irgendwelchen Delay-Geräten zum Beispiel dann perfekt hier mitläuft. Und dass man auch einige Schnitte sauber setzen kann, nämlich an den Schnittkanten, wo dann entsprechend die Beats sind. Falls du es noch genauer haben möchtest, gehen wir nochmal zurück auf den Moment, wo wir die 8 Takte freigeschnitten haben. Das war jetzt hier. Die dritte Methode, habe ich ja gesagt, hat was mit Rechnen zu tun. Man kann also das Tempo auch ausrechnen, indem man ausrechnet, wie viele Beats pro Minute tatsächlich gelaufen sind. Wir haben hier ja 8 Takte und können jetzt einfach mal gucken, wenn wir den Cursor hier ans Ende von unseren 8 Takten hier setzen an dieser Stelle, dann zeigt dir Studio One hier unten an, welche Zeit da vergangen ist. In diesem Fall sind es 20,211, also 20,211 Sekunden. Und jetzt müssen wir mit dieser Formel, die ich dir jetzt gleich zeige, nur herausfinden, welches Tempo das tatsächlich ist. Dazu habe ich hier mal eine Datei vorbereitet und diese Formel, die findest du wie gesagt auch auf meinem Blog unter recordingblog.com. Und hier ist die Rechnung im Prinzip. Takte mal 4, damit man weiß, wie viele Beats vergangen sind, weil ein Takt hat ja in der Regel 4 Beats. Wenn du ein 7,8 lass, musst du es entsprechend umstellen, dann auf eine andere Formel. Aber die kann ich dir jetzt hier nicht in Detail zeigen. Also Takte mal 4, gehen wir mal vom 4 Vierteltakt aus und dann durch die Zeit in Minuten, die vergangen ist, damit hast du quasi die Beats pro Minute. Die Minute, wir dröseln das mal genauer auf. Man muss ja herausfinden, welche 20,211 Sekunden jetzt, wie viel das in Minuten ist. Dafür gibt es einen kleinen Dreisatz, den habe ich hier auch mal aufgeschrieben, mit dem Dreisatz 60 Sekunden entsprechend einer Minute. Und dann müssen wir hier nur einstellen, 20,211 Sekunden entsprechend x Minuten. Ergibt laut dem guten alten Dreisatz hier 20,211 mal 1 durch 60, können wir hier kurz ausrechnen. Also 20,211 mal 1 schenken wir uns jetzt mal und das Ganze durch 60. macht 0,33685. Also das Ergebnis ist hier 0,33685. Ist kompliziert? So schwierig ist gar nicht, wenn man es einmal verstanden hat. Jetzt müssen wir nur noch hier die Zahlen hier oben eintragen. Wir haben also 8 Takte gehabt, die wir gerade genommen haben. 8 Takte mal 4 ergibt 32 Beats. Und diese 32 Beats durch 0,33685 ergibt 94,997. Aufgerundet 95 Beats pro Minute. Du siehst also auch mit der rechnerischen Methode kann man durchaus herausfinden, welches Tempo der Song hat, indem man einfach mal misst, wie viel Zeit nach ungefähr 8 oder wenn du es noch genauer haben willst, dann machst du halt nach 64 Takten, kannst du auch ausrechnen. Und so kannst du dann herauskriegen, welches genaue Tempo ist. Wie gesagt, gilt nur für alle Songs, wo das Tempo fest eingestellt ist, bei variablen Tempo. Da kann man mit viel Handarbeit und mit dem Tempo-Editor hier in Studio One natürlich auch zum Erfolg kommen, ist aber mit viel Handarbeit verbunden. Und ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Aber wenn du dich dafür interessierst, schreib es mal unten in die Kommentare. Schreib mal dynamisches Tempo herausfinden. Und dann finde ich bestimmt irgendwann Zeit, das auch mal zu zeigen. Natürlich zeige ich dir das auch sehr gerne. Also schreib es mal unten in die Kommentare, wenn du dich dafür interessierst, dynamisches Tempo herausfinden. Ich kann es aber auch mal zeigen, wie es in Logic geht. Da ist es nämlich deutlich einfacher. Hier ist es jetzt nicht ganz so einfach, aber mit diesen drei Methoden wirst du sicherlich zum Ziel kommen. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, klick hier schnell auf das nächste Video. Und wir sehen uns die Tage zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassu!